Freut ihn wieder. Macht er wieder einen Strich auf seine Liste. Macht er schon wieder ein Video. 10 Sekunden Clip. Best of Grants, ey. Reichen 10 Sekunden. Ist das ein Spy? Ja. Hab ich schon. Das ist wieder der Brokkoli. Ah, der hat's auf dich abgesehen scheinbar. Glitzer, glitzer. Autsch. Ist das ein Gegner? Ne, ist unser... Oh, unser Engie. Baut hier schöne Sachen hin. Bin in der Gegner Base. Also ich sniper ein bisschen den Cypher. Der schreibt jetzt auch schon Dalu. Der wird immer von mir weggesnipert. Ich hab die Sentry down gemacht, wenn das okay ist. Ne. Oh, da baut er eine neue. Hier. Na, ich stehe ja hier noch. Was glaubst du, wie teuer die war? Mach ich ihm die auch wieder kaputt. Hehe, Dispenser down. Dispenser down. Oh, war der geil gegen PPCH. Da muss ich ne Zeitruppe eigentlich einbauen, ey. Ich hab nen Charge gemacht, ne 180 Grad Drehung gemacht und ihn dann mit einem Schlag gekillt, ey. Kann man die Fenster da oben kaputt machen, um auf den Platz zu schießen? Ne, oder? Ne. Kann man da durchschießen? Ähm, nein. Ich meine nicht. Du kannst nur durch dieses eine kleine Fenster schießen. Oh, geil, ey. So nen guten Kill hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Oooooooow. Hier ist einer, dass Grenz verkleidet. Das ist nicht Grenz. Doch, das bin ich. Ich hab doch hier grad jemanden neben dir gekillt. Man darf sich gar nicht als mich verkleiden auf dem Server hier. Hast du ausgemacht? Werde man gewandt, ey. Oh, verdammt! Oh, Seifo. Da ärgert er sich bestimmt. Da hat sich wirklich jetzt jemand als Grants verkleidet. Ah, Nudia hat sich gerecht. Oh, Mist, ich hab vergessen, dass die ja unbesiegbar aus ihrer Base rauskommen. Jetzt wird hier wieder gevotet, bringt eh nichts. Das ist eine Diktatur hier, Leute. Abstimmungen, ey. Das ist so, weißt du, wie, keine Ahnung, in den ganzen Ländern, wo man wählen darf, aber eh scheißegal ist, was du wählst, weil irgendjemand anderes für dich bestimmt. Meinst du, wie bei uns? Ah, nein, das war richtig schlecht. Der Brokkoli ist jetzt Sniper geworden. Vielleicht denkt er, so hat er mehr Chancen. Geht's ran da, ich geh jetzt ran da, ich geh jetzt ran da. Ran an den Speck. Ich schieb, 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 schieb. Kann man jemand helfen? Ich bin nicht mehr weit, nicht mehr weit, nicht mehr weit, nicht mehr weit. Okay, dann helfe ich dir. Ah, da ist aber eine Sentry-Schiege. Das hast du mir verschwiegen. Tu mir leid, ich wollte dir keine Angst machen. Auf, in die Schlacht. Ich bin dran, haut ab. Ja, ich geh zu Fuß, ey. Einfach mal losrennen. Wuhu. Dauert mir zu lange. Ey. Ola, Cheetah. Ha, Dalu, hier bin ich schon, ey. Du hast dich aber bewegt. Ich bin noch frisch. Da will er den Demoman jetzt spielen. Wollte mal eben kurz gewinnen. Das mach ich dann immer so, wenn es knapp ist. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Sechs Minuten noch. Sollten wir es schaffen. Wir stehen ja schon quasi davor. Ja, drei Meter oder so. Ach, der Brokkoli mal bei und bei. Das war ein Luck-Shot. Aber cooles Outfit von Dodge Liana. Der sieht so aus wie so ein untoter Piraten-Kapitän. Oh, Down to Zero ist wieder mit am Start. Das tötet ein Ding ins Komplett, ne? Das Brennen. Ein Scout. Er hat mich nur einmal angezündet mit vollen HP und ist danach weggerannt und ich sterbe. Ach so, bist du wieder Scout. Ich kann dagegen nichts tun. Shigo hätte dich löschen können mit Rechtsklick. Tut mir leid. Ich muss mich das selber heilen. Kannst du gar nicht. Hast du ein Video gemacht? Ja, klar. Hat PPCH dann ne... Schieb mal den Wagen rein, ne, Leute? Mach das. Oh, er ist kurz davor. Ein Meter. Verdammt. Ich komme um die Ecke und PPCH haut mir direkt ne Kritische in die Fresse. Toll, jetzt brenne ich wieder. Das mochte ich an meinem alten Schild lieber. Da konnte ich nicht abfackeln. Boah, jetzt steht der Wagen da genau davor. Oh, sauber. Rolli hat mir gerade das Leben gerettet. Das ist Teamwork. Der Wagen rollt gleich zurück. Dark Morvind ist ein Ingenieur. Ich bin dran. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Nice one. Voll eingefallen. Oh, nicht schlechter. Wird doch noch gewonnen. Oh, jetzt will er schon die Map hier automatisch change. Na gut. Mal gucken, welches Level er vorschlägt. Das haben wir ja hier gut gemacht. Sniper. Scout ist meine wenigst gespielte Klasse. Jetzt kann sich keiner mehr beschweren, dass ich hier nichts anderes spiele aus der Demo. Hier. Jetzt spielst du in der Demo. Jetzt ist sie Pyro Girl 2.0. Jetzt habe ich Spaß am Pyro gefunden. Hab sie jetzt davon. So. Mir gefällt leider keine Klasse richtig gut in Team Fortress. Ist ehrlich so. Also ich finde, keine Klasse ist so die, wo ich sage, boah, das macht unglaublich viel Spaß. Die Map ist auch lange nicht gespielt worden. Welches Team? Road. Er will immer Road. Was spielen wir denn heute? Ich spiele jetzt einfach mal den guten alten Typen hier. Trust me, I'm an Engineer. Okay, hier ist die Taktik angemalt. Ich hole mir so lange noch meine Waffen hier an. I've managed to live in der Machine. Ich bin der gute Heiler jetzt. Wir müssen verteidigen, Leute. Kriegen wir das hin? Na, ich weiß ja nicht. Erstmal müssen sie A erobern. Hier muss man wieder so nach und nach. Kannst du schon rausrennen? Oh Gott. Geht schon längst los. Was müssen die zuerst reinnehmen? Ich muss ja nur hübsch machen hier. Äh, Kontrollpunkt A. Als allererstes? Ja, danach können sie, glaube ich, B und... Aber also sie könnten rein theoretisch direkt zu E. Das ist möglich. Aber das machen die nicht. Five minutes left on a mission. Da ist der Overcharge ready, aber er setzt sie noch nicht ein. Will er sich für späte Zeiten aufbewahren. Oh, nee, da ist ein Sniper. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Die nehmen eh einen. Das machen die aber nicht. Ich hoffe, wir haben dann Engie. Irgendjemand müsste zu E gehen, glaube ich. Ah, okay, sehr gut. Bei mir hängt es, glaube ich, ab und zu. Darkie! Darkie! Nein, die wollen den Punkt. Aber wie lange ist ein Reef? Hinter uns! Mist! Die kommen auch über die Wand, oder was? Ja, ja, die können auch hier über die Wand mit dem Rocket Jump rüberjumpen. Es ist nicht cool, dass schon wieder so viele bei E sind. Wie komme ich nach E? Immer den Pfeilen nach E folgen. Ja, aber hier gibt es gar keine Pfeile. In der Base. Los, Shigo, hier ist einer. Ja, ich glaube, wie mir. Das Schweinchen. Ah, hier bei E kann ich mich gut aufchargen. Los, Leute, wir müssen wieder zu A. Ah, jetzt stehen alle bei E. Los, Darkie, komm mit. Ich habe es nur gemacht, weil da Leute hinter mir waren. Ich weiß nicht. Oh Gott. Die können immer aus mehreren Richtungen kommen. Ich glaube, es gibt keine eine Richtung. Ja, die können halt mit diesen ganzen... Oh, der Sniper. Oh, der Postprügler. Shigo. Ja. Du bist es. Du wirst gechargt. Ich bin es. Gib ihnen. Ah, hinter mir war ja einer. Das ist PPCH. Gut gemacht. Ich bin tot. Down to Zero hat mich Down to Zero geschossen. Das ist nicht nett. Nee. Aber momentan halten wir A ja noch einigermaßen. Ja, A ist gerade immer noch im Battle am Laufen. Immerhin haben wir eh jetzt wieder zurückverteidigt. Oh, da ist wieder PPCH, der alte Flammenwerfer. Du hast mich erwischt. Fällfisch, ich heil dich. Oh, oh. Ah, jetzt wollen sie wieder zur E. Der lebt noch. Ich darf keinen Pyro spielen. No. Zu viele Leute schon Pyro oder was? Ja. So viele Leute, die einfach gewinnen wollen. Ach, du Heilige. Alle Leute gehen gerade zu E von denen. Jetzt wollen sie es wissen. Die bauen bei E eine Base auf. Die Gegner. Ich habe gerade den Weg nach B. Schigo, wollen wir bei E einmal kurz lang gehen? Weil ich glaube, die haben da oben eine Base aufgebaut. Da hinten. Siehst du das? Oder ist das unsere? Ne, jetzt ist es unser. Ah, okay. Ich schau mal. Weil vorhin kamen ja mega viele Leute auch her. Nö, dann sind die hier nicht. Gut. Dann können wir zu B gehen. Oh, da wurde einer weggesnipet. Bei B ist niemand von uns. Können mal die Leute, die in Pyro nicht spielen können, vor dem Pyro runtergehen? Oh, da stehen nur Scouts und Sniper auf dem Punkt. Oh, sie haben B. Da war ja auch niemand so ein. Schigo, was machst du da? Damit der Herr nicht rumweinen muss, habe ich geklappt. Ich bin doch selber. Ich bin doch schon Pyro. Das ist ein Spy, Dalu, hinter dir. Oh, der hat mich angestochen. So. Zum Glück. Ich habe mich gerade umgedreht und habe den Step dann voll ins Gesicht bekommen. Los, mach es. Du bist unbesiegbar. Der müsste doch eigentlich verbrennen hinter uns muss noch einer sein. Hier ist doch niemand sonst da. Ich habe es nur gemacht, weil du fast gestorben bist. Oh, oh. Ich bin gleich da. Einen habe ich. Oh, ich bin tot, shit. Da, noch ein. Noch ein, noch ein. Ach, der Pyro, ey. Jetzt kommen hier auch mal Punkte. Linke Maustaste, man muss ja niemanden. Stirbt hier alles. Wir sind ja auch in Pyro-Land, ich bin gerade voll auf Drogen. So, dann haben wir mal ein bisschen aufgeräumt. Darkie weiß nicht, wo er hin muss. Die Buchstaben stehen doch hier, Darkie. Wo gehe ich hin? Alter, Analphabet. C. Okay. Wieso darf ich den Pyro jetzt nicht mehr spielen? Ich bin vom Pyro weggeschubst. Warum? Ja, weil Shigo, ja, dann bist du definitiv kein Admin, weil Shigo ist Admin, hat jetzt den Pyro genommen und dich runtergeschubst. Oh mein Gott. So, ich wieder kick den. Oh nein. Oh mein Gott. P.P.C.H., du Schlingel. Ich binوفizier. Ich bin es connector, die bracelet belastelt. Na, rein.